Musik Ja, weiter geht's. Hallo zusammen. Lass uns noch ein bisschen hier zusammen tödeln. Willkommen zurück und los geht's. Nein, wir haben keine Schafe. Bugs zählen? Warum willst du Käfer zählen? Gut, wenn du welche verbummelt hast, ist was los. Ja, so sieht es aus. Ja, ihr solltet mir was sagen, glaube ich. Boah, wenn ich das jetzt wieder büsste. Von den Blumen haben wir auch so viele. Das sind diese Blumen, ne? Ja. Aber die müssen ja wieder Medizin machen. Ja, die sind ja auch fleißig dran, ne? Ah, der Schreiner. Ja, genau, der Schreiner sollte irgendwas machen, ne? Warte nicht, oder? Also, der Herr Schreiner sollte was machen. Der reiner Schreiner. Damit der ein bisschen hochlevelt, dem haben wir nämlich gar nichts. Pass mal auf. Ne, lassen wir mal was Besonderes arbeiten. Was haben wir denn Besonderes für ihn? Da muss ich hin. Äh... Möbel. Komfortabler Stuhl? Ein Schreibtisch? Also... So. Komfortabler Stuhl. Was brauchen wir denn? Einen normalen Stuhl. Oh, okay. Brauchen wir einen normalen Stuhl für einen komfortablen Stuhl. Dazu Stoff. Mhm. So, dauerhaft im Lager. Fünf. Okay. Äh... Beim Bett wird wahrscheinlich genau dasselbe, ne? Ja, muss ein normales Bett haben. Dann kann ich ein komfortables Bett machen. Okay. Fünf Stühle. Ein Schreibtisch. Tisch für einen. Esstisch. Holzkommode. Parkbank. Machen wir mal fünf Esstische, ne? So, dann hat er nämlich immer was zu tun. Und... Wird dann auch mal ein bisschen höher gelevelt. Damit der Bursche auch mal ein bisschen vorankommt. Ich will diese neun Bögen haben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein normaler... Ein normaler Bogenschütze nehmen kann. Hier, schau mal. Und wie viel die überhaupt ausmachen. Äh... Das lässt sich doch feststellen. Das lässt sich ja feststellen. So, Bogen. Zu einem Bogenschützen. Und der... Level 3. 35. Das ist viel Das ist viel 35 ist viel Kommen wir gerade an dem Zweihandschwert ran Dann kommen wir nämlich Machen wir dann nämlich anders Dann suchen wir einen Ritter zurück Aber das kann ich glaube ich gar nicht Einen Ritter zurück zum normalen Soldaten Und einen Bogenschützen zum normalen Soldaten Die können dann das Zweihandschwert nehmen So können wir das machen Ja und wie wir sehen Farmer Level 6 So jetzt haben wir alle Farmer hoch Alle Level 6 Wieder cool Aber wieder cool hingekriegt Bäumchen, das haben wir noch keine? Nee Oh Bäumchen sind auch schon da Die nächste Rüppelbäume ist auch schon so weit Wieso ist denn da nicht gepflanzt? Sieht so wenig aus alles Ah, da hinten ist Voll im Gange Okay, 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 okay Das machen wir übrigens Das machen wir übrigens Da können wir den komfortablen Stühle raus machen lassen, oder? Wir brauchen hier noch einen Weg Ich muss mal ein paar Pflanzen umsetzen Ich muss mal ein paar Pflanzen umsetzen So, sollte jetzt eigentlich alles gewesen sein, oder? Ja, genau Jetzt kann ich nämlich hier den Weg durchbauen So, dann ist das auch behoben, das Problem Ach, jetzt gehen sie erst mal alle schlafen Okay Ich denke mal, Schlafplätze haben wir satt, ne? Ja Ich werde hier auch nur noch komfortable Betten einbauen Ach, die alten schmeißen wir raus Na gut, was heißt schmeißen wir raus? Na gut, rausschmeißen nicht, aber Ja, ja, immer mit der Ruhe Die kommen gleich Schlafplätze Das war's. Jetzt nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, genau wie ich sagte. Die sind von Grund auf feige. Äh, was liegt da? Oh! Das war's. Okay, der wird gerettet. Er wird gerettet, wird im Bett gebracht und dann wird er frisch geheilt. Das kriegen wir hin. Ja, der war zu schnell an der Tür. Habe ich nicht mit gerechnet, da er kommt sogar in sein eigenes Bett. Cool. Das ist übrigens das, was ich sagte, wo ich dann ein wenig Glück hatte, dass die... Guck, ich weiß, da ist schon wieder alles voll hier. Bäume haben wir keine, nein. ok naja der ist schon wieder das problem ist dass er die dann durchgehend teilt jetzt kommen sie erstmal zurück und dann können sie geheilt werden oder noch jemand ohne Fahrschein nö sehen alle gut aus dann hat sich das eh erledigt da müssen wir mal gucken da kommt Gold oh Gold kommt und Sonne Sachen sehr schön ich glaube das Gold werde ich verkaufen da ist schon wieder alles voll Jesus Maria läuft aber gut mit den Feldern bloß hier nicht ja doch guck mal nee doch na sagen wir das ja genau ja ich weiß nicht ich weiß nicht was soll es bedeuten dass ich so trauerig bin ja gut das passt dann ja hallo hä was geht ab ja gut ja gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut alles gut alles im alles im Lot was machen wir jetzt ich möchte irgendwas besonderes machen ich weiß aber nicht was ich könnte jetzt irgendein Gebäude bauen soll wir eins bauen was besonderes ich habe gar keinen Platz dafür da oben vielleicht nö achso lass mal gucken wie sieht das denn in unserer ja sieht sie gut aus haben wir noch genug da haben wir auch noch genug rumliegen da ist auch noch genug gelumpe da ist auch noch genug gelumpe aha da sind wir durch da sind wir durch da machen wir den auch noch weg da sind wir komplett durch so Gold da haben wir Gold ah kümmern wir uns doch mal da um das Gold weil das werden wir ja wahrscheinlich brauchen so dann baut mal ein bisschen Gold ab ähm X war das jawohl so Freunde Lobeldate hier gucken wir durch die Wand ja dann können sie das noch abbauen mit dem Gold kommen wir dann hier aus oder kommt das hin ja ne ja genau das kömmt hin hm 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 so schauen wir mal manchmal habe ich das Gefühl mein Mikrofon funktioniert nicht richtig ja am Anfang hast du so viel zu tun und jetzt ist eigentlich so ein bisschen Ruhe und Langeweile ich weiß auch nicht wie weit ich noch dieses Spiel fortsetzen kann aber ich habe keinen ja quasi keinen Nachfolger das ist das Problem ah der ist noch außer Gefecht ja nicht schlimm nicht schlimm ist nicht schlimm ich habe noch keinen würdigen Nachfolger für dieses Spiel für The Long Dark habe ich einen Nachfolger weiß ich was wir bauen hier mal ne Mauer komm ich hab ich euch das nicht ich hab ich die Das war ein sehr langer Weg, ein sehr umständlicher Weg vor allen Dingen. Oh, da hat einer Hunger! Oh, da hat einer Hunger! Ich würde ja gerne den hier auslagern. Wisst ihr, was ich meine? Mir fallen steller, aber ich habe Angst, dass er angegriffen wird. Das wäre dann eigentlich die größte Sorge von mir. Dass irgend so ein Depp hingeht und mir den zusammenschlägt. Ich wusste, dass genau das passiert. Ach nein! Freunde! Hä? Ja? 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 diese leiter war so falsch wie sie nur falsch sein kann eine leiter bitte die 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 Das war's. Ja, ist aber nicht mehr viel. Was jetzt? Ja, die Wege werden langsam weit, ne? Ja, die Wege werden langsam weit, ne? Ja. Haben wir eigentlich... Was ist damit? Okay. Ähm, ich wollte was... Ah ja. Alle kaufen. Mail. Alle kaufen. So, von den Blumen brauchen wir nix. Da brauchen wir auch nix. Aber was haben wir denn zu verkaufen? Gefüllte Weste. Weg damit. So, 52 von die Blumen. Okay. Die Fernstach. Ich weiß nicht, was damit ist, aber die können alle weg. Hm, Speck brauchen wir selber. Da haben wir wieder satte genug von. So. Bett. Ne, den ganzen Kram verkaufen. Damit ist alles Zeug, was ich nicht brauche. So, was ist das? Können wir auch verkaufen. Was ist mit dem Kram hier? Da haben wir hier noch. Da verkaufe ich zehn. Davon verkaufe ich fünf. Ups. Da verkaufe ich auch fünf von. Oh, er hat kein Geld mehr. Gut, den haben wir jetzt erstmal arm gemacht. Aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz. Da können alle wieder arbeiten. Ist das nicht schön, hä? So soll es sein. Da weiß ich auch nicht, was damit ist. Da muss ich mal die Mauer abreißen. Im Endeffekt. Oh, da haben sie fertig. Alles klar. Lass uns mal eine Mauer bauen. Eine Mauer. Eine Mauer bauen. Mauer bauen. Mauer bauen. Mauer bauen. So. Nein. Ach, ist doch nicht wahr. Ja, hä? Hä? Salzkraut, kann ich da nicht weghauen? Das nervt jetzt ein bisschen. Mann. Aber Salzkraut, kann man das ernten, oder? Okay. Das wird mir schon besser. Zack. Ah, da. Ah, da. Eine Tür. Die reicht mir. Wenn das fertig ist, räumen wir das ab. Was ist denn damit los? Sehr prickelnd. Oh, bis zum Weinen. So viel Arbeit und nichts zu tun. Gut, Steine haben wir ja satt und genug, da weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin soll. Holz haben wir auch im Moment genug. Das sieht alles gut aus. Gefällt mir. Ja, gut, mein... Mein Freund kann arbeiten. So, okay. Und ihr könnt auch arbeiten. Das sieht schön aus. Gut. Sehr schön. Na, was haben wir hier? Hehehe, das reicht auch nicht hinein seitdem her. Ey, wie süß. Oh, da geht's ja richtig zu Werke. Mein lieber Shonny. Wisst ihr gar nicht, dass die so schnell sind. Futtern? Futtern. Wetten wir. Jawoll. Aber irgendwie ist da an der Futterluke zu wenig Licht. Sagt mir, was ihr wollt. Das ist einfach zu wenig Licht. Wie sehen wir den Stuhl mäßig aus? Ah, guck mal, das ist schon wieder gebaut. Ah, schön. Muss mal gucken, ob das alles zu leise ist oder ob das passt. Das weiß ich noch nicht. Ah ja. Es ist jetzt wieder dunkel. Ich hab' ich... Auf dem linken Rohr höre ich immer irgendwas bellen und jammern. Als wenn da irgendwo eine Siedlung ist. Von diesen Golems. Ne, wie heißen die Kleinen? Keine Ahnung. Schaffe, schaffe, Mauerbeule. Ne, Haus ist halt ja nicht. Sind ja Mauer. Ist das normaler? Ja, ist normaler Wand, ne? Ja, aber erst wenn die Tür drin ist. Vorher mach' ich da nix. We муж... Ich hab' ich... Ich hab' ich... Ich hab' ich... Ich hab' ich... so, wir müssen mal gucken muss ich erstmal gucken ähm, das war die Leute ah, ok hat sich schon erledigt heute, was ich meine ich hör da was aber woher auch ein Hund höre ich aber ich sehe nichts noch nicht die kommen die kommen garantiert keine Panik da ist die Tür sehr schön ok, nee abreißen war hier, ne ja, abreißen ok 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 Wie ging das denn wieder? Das muss doch gehen. Durch die Mauer geht das nicht, ne? Das ist doch doof. Ja, passiert nichts, ne? Und mit dem? Hm. Damit auch nicht. Warum geht das jetzt nicht? Ach, ist doch doof. Hier haben wir nichts, ne? Aber da so'n blöde Mauermann. Der ärgert mich. Ist aber auch laut, ne? Rüstung brauchen wir keine. Ah ja, können wir nehmen. Ja. Da können wir auch nehmen. Was hat er denn noch? Gutes anzubieten. Ja. Was haben wir denn? Wir haben reichlich von allem. Ja gut, haben wir auch schon wieder. Zehn. Kann man wieder fünf verkaufen, ne? Oh, fünf von. Hm, hm, hm. Das lassen wir noch mal. Ähm, ne, Entschuldigung. Ja, aber auch so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles gebrauchen kann überhaupt. Ja, aber alle sind fleissig. Können die eigentlich jetzt verbesserte Verbände machen mittlerweile? Immer noch nicht. Schwerer Verband. Level vier. Okay, dadurch, dass ich den immer verkaufe. Grober Verband. Leichter Verband. Äh. Ja. Das war das Problem. Sollen die auch mal ein bisschen was tun. Jo, gut. Ich würde sagen, das war die Folge für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Da ist schon wieder Kaktusfrüchte. Ja. Ah, das sind die zwei, die ich nachträglich geholt habe. Die Bäume sind noch da. Sind schon die, die war erst da. Die sind schon fertig. Haben wir eigentlich Bäume? Dann können wir beim nächsten Mal nämlich direkt Bäume pflanzen. Nein, haben wir keine. So, wie sehen wir denn hier aus? Einmal gucken. Wähle eine Feldfrucht. Warum ist da keine Feldfrucht? Was soll der Quatsch? jetzt passt das. Was ist der Quatsch? Haben wir hier nix? Also echt, ey. Doch, Mörn. Mörn. Oh, entschuldigt. Ich musste mal ein Bäuerchen machen. So. Ja, läuft doch alles. Ist doch okay. Läuft doch alles. Gut, boah, da ist randvoll ey, in so kurzer Zeit, das heißt sie können auch wieder langsam machen. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, sehr nett, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns garantiert beim nächsten Mal wieder, hoffe ich doch. Also, bis dahin, ciao, ciao.